so und das letzte ist heute da habe ich im spiegel auf spiegel online tatsächlich gefunden super schön also das ist heißt ego und öko gleich macht nur die beiden prostituierten der in der politik nämlich die grünen und die und die fdp also in der spitze vor allen dingen also die grünen die grüne basis ist sicherlich immer noch da wo sie eigentlich hingehört und die grüne spitze finde ich immer mehr hauptsache wir regieren das wird ja den linken gerne vorgeworfen dass sie sagt die sind nicht regierungsfähig weil die wollen ja nur opposition ja die wollen eben nicht regierung um jeden preis bei den grünen gerade unter etzdemir und göring eckhardt ist es tatsächlich so hauptsache wir sind wir bleiben weiterhin wir kommen jetzt wieder in die regierung weil nur das bringt das bringt posten das bringt aufsichtsrats posten das bringt posten wenn wir dann wieder rausfliegen aus der regierung in der industrie in bestimmten gebieten in bestimmten bereichen das ist alles das bringt uns einfach später weiter wenn wir irgendwo mal ein staatssekretär irgendwo gewesen sind schick oder genau so und was macht jetzt hier der spiegel die sagen also in der bevölkerung ist tatsächlich die ampel nicht so sehr beliebt okay dafür ist jamaika umso beliebter wird es ja auch in balt und schleswig-holstein geben ja und da ist natürlich dieses ganze gebrabbel dann halt nicht die grünen sagen die soziale kälte der fdp ganz mal ganz ehrlich wann habt ihr euch das letzte mal für arbeitslose interessiert kein stück und planen die liberalen planwirtschaft und bevormundung also ein quatsch wann war das letzte mal bei den grünen was von planwirtschaft irgendwo die würden ganz gerne gewisse förderungen machen wie ich sie schon immer gegeben hat in der deutschen politik also subventionen sind nichts weiter als gab es schon immer für bestimmte industriebereiche die man gerne priorisieren möchte die liegen jetzt bei den bei den grünen gerade im in der erneuerbaren energie das ist sogar blödsinnig gut weil das ist sehr tatsächlich in zukunftsmarkt der jetzt im grunde genommen durch diese ganze vor allen dingen durch schwarz gelb ein großes problem bekommen hat weil da sind da sind wir wir waren weltmarktführend in diesem bereich china hat uns abgeladen abgelaufen vor allen dingen durch die schwarz gelbe schwarz gelbe regierung die diesen industriezweig die subventionen gestrichen hat vor allen dingen um weiterhin starke subventionen zu haben für energieintensive betriebe eben natürlich zum beispiel unsere unsere autohersteller zum beispiel aber auch noch andere gibt ja durchaus noch mehrere muss jetzt nicht nur die autohersteller sein aber gerade diese subventionen für industrieintensive branchen die müssten eigentlich endlich und runter gefahren werden und dafür mehr in die zukunftsbereiche investiert werden aber da haben wir den anschluss verloren eben durch die diese wirtschaftskompetenten menschen der schwarz gelben regierung zwischen 2009 und 2013 dankeschön der westerwelle noch mal posthum danke das ist alles nur phrasen dieses ist alles nur wie schreibt der spiegel davon als allermeiste davon ist taktisches getöse nur bla die grünen sind genau gerade die grünen spitze ist genauso sozial kalt wie die wie die fdp und die grünen spitze hat nichts mit bevormannung oder mit planwirtschaft zu tun spätestens seitdem renate kühnaß nicht mehr da ist mit ihrem veggie day dass ich übrigens ich finde sollte jeder tag veggie day sein in der kantine ich sage ja nicht nur ich so das sagen auch alle ärzte so dass wir viel zu viel fleisch essen ich erlaubt viel zu viel fleisch ich jetzt viel zu gerne wurst vor allen dingen das ist mein großes problem ich erst gar nicht so sehr viel dass ich tatsächlich hier irgendwie mir den steg oder was machen sondern ich mag einfach wurst und davon esse ich tatsächlich zu viel ich müsste mehr andere sachen essen pflanzliche sachen essen mehr mehr käse soll man ja auch nicht da kommen wir sowieso von hülzern zu stöckchen dann mal diesen ganzen ernährungsquark aber so viel fleisch essen wir als deutsche komplett und deswegen sollte nicht nur an einem tag in so einer kantine ein veggie day sein sondern wo es was vegetarisches gibt sondern sollte immer auch vernünftig und nicht nur sagen wie so vegetarisch gibt doch salat das war eigentlich der vorschlag von frau künastig was natürlich das gemacht wurde ist natürlich voll egal aber naja ja in der dich liegen liegen die wie das spiegel so schön schreibt in inhaltlich liegen ökos und egos gar nicht so weit auseinander das stimmt die buhlen auch tatsächlich um das gleiche publikum nämlich vor allen dingen denen die besser verdienenden beide tatsächlich grüne vor allen dingen wo haben die ein großteil ihrer 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 wählerschaft her beamte und zwar jetzt nicht der staßenkehrer beamte sondern höhere beamte lehrer richter solche menschen die sind im großen anteil grün wo sind genau diese menschen jetzt nicht sonderlich progressiv sondern extrem konservativ und das merkt man auch deutlich an denen in diesen heutigen grünen die sind halt super konservativ die haben die spd links rechts überholt und ich sage schon dass die spd mitte rechts ist wie gesagt die grünen haben die spd was tatsächlich arbeitsmarkt und arbeitstechnisch der fall ist rechts überholt so und hier ist ein wunderschönes beispiel der parteiencheck passen ftp und grüne zusammen so und da wenn man sich das jetzt mal anguckt jetzt habe das ja schön eingeblendet hier ja also milliarden für bildung und digitalisierung das ist damit kriegen sie auch zustimmung von mir gleichgeschächtige paare gibt es auch zustimmung von mir polizei besser ausstatten und finanzieren muss man darüber diskutieren ja aber generell ich sage es doch ja auch das zum beispiel mehr mehr polizisten würde deutlich helfen vor allen dingen mehr als polizisten mehr weibliche polizisten und mehr polizisten im migrationshintergrund würde deutlich helfen cannabis legalisieren bin ich auch mit dabei rückerrechte und datenschützen na hoffentlich keine obergrenze für flüchtlinge und keine rüstungsporte im krisengebiet also erstmal keine rüstungsporte im krisengebiet ist auch bis heute schon verboten dass wir fordern etwas was sowieso schon verboten ist wir fordern das verbot von etwas verbotenen das habt ihr ja super gemacht ich weiß dass gabriel das gerne unter gabriel gab es noch nie so viele exporte im krisengebiet wie bisher aber das liegt natürlich auch einmal daran dass wir eine große koalition haben die das geht halt nicht so einfach wenn man eben keine große koalition hat generell kann man nur sagen ja na klar aber auf der anderen seite ist das sowieso schon verboten so jetzt kommen jetzt kommen die sachen wo sie angeblich auseinander sind also griechenland raus aus dem euro sagt sagen die fdp sagt ja und ja und die grünen sagen nein das sind halt so eine singe jetzt mal ganz ehrlich die fdp weiß ganz genau das griechenland gar nicht aus dem euro raus kann weil dann nämlich hier unsere deutschen banken total crashen weil dann werten sie das erste allererste was sie tun würden ist sofort ihre währung komplett abzuwerten und die kredite dann zurückzuzahlen mit mit wertlosem geld das heißt unsere banken gerade die deutsche bank zum beispiel die würde damit kommt die würde komplett crashen gehen damit dann genau das was ich vorhin schon meinte dass die subventionssache da liegen die grünen glaube ich zu komplett richtig fdp natürlich liegt die fdp da falsch das liegt aber auch daran das sind die sind komplett durchsetzt mit lobbyisten aus dem bereich ist doch klar aus dem aus dem energieintensiven branchenbereich die sind komplett durchsetzt mit diesen lobbyisten die sind auch in der partei dort drin diese lobbyisten also mit dem wird man das nicht machen können deutliche steuersenkung da sagt hier steht bei den grünen nein aber das ist natürlich quatsch das ganze prinzip der steuersenkung ist natürlich völliger bullshit das ist gab es dankenswerterweise in mehreren mehreren publikationen jetzt in den letzten zwei drei wochen schöne schöne beiträge dazu dass steuersenkungen die einzigen den steuersenkungen helfen sind reichen zum 58 mal wenn man an eine einkommensteuer schraube dreht hilft das den einzigen denen das wirklich hilft ist reichen weil die unteren die zahlen entweder sehr wenig so dass dann irgendwie ein ersparnis von 15 euro über rauskommt oder eben gar keine einkommensteuer weil sie so wenig verdienen dass sie gar keine einkommensteuer zahlen was helfen würde wäre zum beispiel die die mehrwertsteuer wieder von 19 auf 16 prozent zurückzusetzen insbesondere weil das was die wollen die sagen ja diese diese leoliberale komplette schon längst widerlegte blödsinn wenn man den reichen steuern spart dann finanziert das finanziert sich alleine dadurch dann haben die mehr geld und das mehr geld wird investiert und das fließt dann dadurch wieder zurück und dadurch sprudeln dann die steuereinnahmensquellen und blablabla das stimmt alles in der theorie klingt das super aber das stimmt einfach nicht weil was machen die mit dem geld das liegt auf der hohen kante das wird nicht ausgegeben das liegt bei denen da auf dem konto jetzt müssen sie sogar schon bei einigen banken negativzinsen zahlen das heißt wenn sie mehr als eine million auf dem konto haben nach die bank jetzt da kriegen sie jetzt negative zinsen das heißt wird geld abgezogen dafür dass sie so viel geld auf der kante haben und die grünen haben sich bisher noch nie gegen steuersenkungen gewährt und was sie wollten tatsächlich vor der letzten wahl dieses steuerkonzept das war tatsächlich nicht ganz nicht ganz schlecht und genau das hat dann gering eckert und öztemir als der hauptfaktor also der veggie day und diese steuersachen als hauptfaktor anerkannt warum denn das ergebnis viel schlechter war als erwartet und jetzt werden wir erzählen die wollen keine steuersenkungen sie wollen auf jeden keine steuererhöhung auch wenn sie immer noch in der in der basis immer noch irgendwas die 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 überlegung einer vermögensteuer herumgeistert ja entschuldigung aber das ist das passiert einfach nicht nicht mit gering eckert und chem etzdemir in der spitze noch klimaschutzplan 2050 da ist natürlich das trump in der in der fdp oder was alleine schon dass man also einen einen plan haben möchte das klima bis 2050 irgendwie dahin zu zu leiten unsere industrie so aufzubauen dass wir irgendwie sagen okay wir wissen jetzt wir wollen jetzt erstmal dass bis 2050 die erwärmung nur so und so ist und da ist die fdp dagegen wir haben also hallo fdp hallo herr lindner wir haben bisher noch keinen anderen planeten gefunden wo wir hin könnten gucken sie sich mal dass das schöne das schöne die schöne rede von herrn lesch an bei den grünen vielleicht werden sie dadurch mal ein bisschen schlauer also sowas wie der klimaschutzplan 2050 wir sind dagegen da zeigt die fdp ganz klar ihr wahres gesicht sie interessiert sich nicht für die bevölkerung und sie interessiert sich auch nicht für für deutschland oder für die welt sondern so richtig rein dafür was sie ihren overlords an geldern schaffen können sondern ganz anderes hier soli erhalten verbindliche frauenquote da ist natürlich auch die fdp dagegen unglaublich echt also ich bin ja dafür dass es sowohl eine eine es gibt eine 40 prozent frauenquote geben und eine 40 prozent männerquote eine doppelquote in jedem aufsichtsrat in jedem dings muss 40 prozent männer 40 prozent frauen jetzt hat man noch 20 prozent die man frei gestalten kann denn jetzt mal ganz ehrlich eine frau unter zehn das ist ein maskottchen eine zweite frau unter zehn das ist eine minderheit die können auch nichts durchsetzen erst bei drei frauen unter zehn da ändert sich das klima überhaupt erstmal so und wirklich ernst zu nehmen sind tatsächlich vier frauen unter 10 Das ist eine Minderheit. Ja, aber das ist eine ernstzunehmende Minderheit. Da fehlen nur zwei Stimmen. Da fehlt nur eine Stimme, um einen Papp draus zu machen. Das ist eine ernstzunehmende Minderheit. Da muss man drauf eingehen auf einmal. Auf eine weibliche Perspektive. Da muss man drauf eingehen. Tempolimit, das ist natürlich auch immer so ein Ding bei den Grünen. Das gibt es auch schon ewig, das Ding. Ja, ist mir persönlich auch relativ egal. Aber so, jetzt haben wir alles durchgemacht. Ich hoffe, ihr habt diese Sachen euch da angucken können. Hier ist ungefähr 50-50. Können miteinander, können nicht miteinander. Was sie tatsächlich halt auch sagen, ganz klar ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der grünen Basis und der grünen Spitze. Wohingegen es so gut wie keinen Unterschied gibt zwischen der FDP-Basis und der FDP-Spitze. Die FDP-Spitze und die grünen Spitze, die passen eigentlich ganz gut zueinander. Die Basen passen nicht so gut zueinander. Was sage ich denn dazu? Ja, was ich dazu sage, ist eigentlich relativ eindeutig. Die Grünen haben bei mir fast jeden wirklichen Respekt schon längst verloren. Für mich ist das eine Partei der Besserverdienenden. Eine Partei, die auch da, wo es nicht den eigenen Geldbeutel berührt. Da sind ganz viele Grüne, da können sie große Reden schwingen. Da können sie dann immer schön bestimmen oder meinen, dann sagen zu können, was andere Leute zu handeln zu haben und so weiter. Aber sobald es an ihr eigenes Portemonnaie geht, da sind sie auf einmal knauserisch. Da sind sie auf einmal diejenigen, die ihre Steuern erspart haben möchten und sonst irgendwas. Das ist mein Eindruck der Grünen. Das war schon der Linkspartei. Das ist mein großer Eindruck bei den Grünen. Und man kann gerne, und jetzt mal ganz ehrlich, dieses Öko-Ding, ja? Das bei der FDP haben sie das nicht. Nee, okay. Das haben sie tatsächlich aber in allen anderen Parteien genauso. Vielleicht nicht so auf der Fahne geschrieben, aber im Grunde genommen haben sie das in allen anderen Parteien auch so. Damit können sie eigentlich auch keinen mehr unter dem Ofen hervorlocken, weil die Gesellschaft auch tatsächlich so weit ist, dass diese Öko-Sache komplett in der Bewusstsein der Gesellschaft ist. Was bleibt, ist eine Spitze bei den Grünen, die komplett neoliberal ist und die komplett irgendwie kompatibel ist und sich auch gerne anbiedert. Die sich einfach an den meistbietenden verkauft. Und deswegen sind die Grünen für mich die Prostituierten der Gesellschaft im Moment. Und ich sehe überhaupt kein Problem damit, wie Grün und Gelb zusammen mit Schwarz zusammenarbeiten können. Aber eins muss man sich als Grüner in der Basis schon mal ganz klar sein. Man arbeitet da tatsächlich dann mit einer rechtsradikalen Partei zusammen, nämlich der CSU. Das sollte auch ganz klar sein. Wenn man schwarz-gelb-grün möchte, dann arbeitet man mit einer rechtsradikalen Partei zusammen. Einem Ärzte mir ist das egal. Ob das hier den grünen Landtagsabgeordneten egal ist, ich bin mir da nicht so sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017